Denkt man an skandinavische Filme, kommen einen in der Regel eher Krimis oder auch düstere Thiller in den Sinn. Doch kommen aus dem Norden auch einige sehr interessante Horrorfilme. In diesem Video möchte ich euch heute 5 Horrorfilm-Tipps aus den skandinavischen Ländern vorstellen. Cold Prey – Eiskalter Tod aus dem Jahr 2006. Er ist ein norwegischer Slasher und hat aufgrund seines Erfolges noch zwei weitere Filme hervorgebracht. In dem Film von Roar Utaug finden sich fünf junge SnowboarderInnen in einem verlassenen Hotel wieder, nachdem sie dort Unterschlupf suchen mussten, da sich jemand aus der Gruppe das Bein gebrochen hat. Was dann in dem verlassenen Hotel vor sich geht, müsst ihr selbst herausfinden. Doch eingefleischte Fans des Slashers dürften nicht überrascht werden, da Cold Prey das Subgenre des Slashers zwar nicht neu erfindet. Hier und da allerdings doch sehr überraschend ist. Der norwegische Beitrag legt im Vergleich zu herkömmlichen Slashern eher weniger Wert auf Blut, sondern auf Spannung und Atmosphäre. Cold Prey – Eiskalter Tod ist durchaus Einblick wert und sollte vielleicht nicht zwingend vor dem nächsten Skiurlaub geguckt werden. Anders geht es in den nächsten Filmen zu, I Remember You oder auch teilweise Untergeisterfjord bekannt. Die Romanverfilmung, die hierzulande im Jahr 2017 auf dem Fantasy Filmfest lief, setzt ähnlich wie der vorherige Cold Prey auf Spannung und eine düstere Atmosphäre. Ein Slasher sucht man jedoch vergebens, kommt I Remember You eher über den Thriller- oder Mystery-Aspekt. Und das funktioniert in dem kühlen Island hervorragend. Die verzwickte Geschichte lässt dabei einiges an Interpretationsspielraum zu, weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf die Prämisse des Films eingegangen wird. Dennoch sollte I Remember You auf die ein oder andere Watchlist landen. In dem finnischen Film Hedging von Hannah Bergholm steht die zwölfjährige Tinja im Mittelpunkt des Geschehens. Nachdem Tinja im Wald ein seltsames Ei findet, beschließt sie, es auszubrüten. Was zum Vorschein kommt, ist eine sehr seltsame Kreatur, die auf mysteriöse Art und Weise mit unserer jungen Protagonistin verbunden zu sein scheint. Das Regie-Debüt von Hannah Bergholm ist ein wirklich bemerkenswertes Creature-Feature, doch verbirgt sich hinter der Fassade noch weitaus mehr. Allen voran eine hervorragende Coming-of-Age-Geschichte. Dass Hedging einige Facetten nicht sonderlich gut ausspielt, stört dabei nicht. Vielmehr überwiegt die Faszination der Kreatur. Solltet ihr die Lust auf einen speziellen Horrorfilm haben, sollte Hedging genau das Richtige für euch sein. Auch etwas spezieller, nämlich im Gewand, einer Mockumentary, kommt der nächste Film daher. Trollhunter, aus dem Jahr 2010. Trollhunter hat dem Regisseur und Drehbuchautor André Ovredal deutlich größere Möglichkeiten als Filmemacher beschert. Konnte sich dieser in den weiteren Jahren mit The Out of Sea of Jane Doe oder Scary Stories to Tell in the Dark eine kleine Fanbase erarbeiten. In Trollhunter sorgen mysteriöse Mordfälle für Unruhe. Es wird von einem Bärenproblem gesprochen. Die drei Studenten machen sich auf Sensationssuche und hängen sich an den Jäger Hans, ehe die Sensation tatsächlich auftaucht. Trollhunter kommt wie die meisten Filme aus dem hohen Norden über die Atmosphäre, bietet sich die Gegend doch perfekt für die tollen Bilder an. Doch ist das nicht das Einzige, was der Überraschungserfolg aus Norwegen zu bieten hat. Humor, Spannung und einigen ganz großen Szenen. Reden wir über Horrorfilme aus Skandinavien, müssen wir natürlich auch über So finster die Nacht aus dem Jahr 2008 von Thomas Alfredson reden. Der zwölfjährige Oskar wird von seinen Mitschülern schikaniert und hat wenig Freunde in dem tristen Vorort von Stockholm. Eines Tages lernt er die gleichaltrige Ellie kennen, die allerdings nur nachts aus der Wohnung kommt und sich mit ihm auf dem Spielplatz trifft. Oskar freundet sich mit dem mysteriösen Mädchen an, doch sie hat ein großes Geheimnis. So finster die Nacht ist ein ganz tolles Horrordrama mit Coming-of-Age-Elementen, welches einen definitiv nicht kalt lässt. Das dachte sich auch Matt Reeves, der zuletzt mit The Batman seinen wohl endgültigen Durchbruch geschafft haben sollte. Und so kam im Jahr 2010 das Remake Let Me In mit Chloe Grace Moretz und Cody Smith-McPhee, welches ebenso positiv aufgenommen wurde und sich vor dem Original definitiv nicht zu verstecken braucht. Ich hoffe, dass euch die Filmtipps gefallen haben. Wie ihr seht, haben auch europäische oder vielmehr skandinavische Filme einiges für einen grusigen Abend zu bieten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf unserem Kanal noch ein wenig verweilt und euch auch die anderen Top-Listen anguckt. Da gibt es noch weitere Filme für eure Watchlist. Bis dahin, drückt doch gerne noch die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Horrorfilmperle aus den skandinavischen Ländern ihr empfehlen könnt. De views by Moderator D De De